So hallo, I'm back. Ganz genau, das waren wir beim Match mal. So, wir haben Lutz-Armee, die ist eigentlich maxed und Saruman-Armee. Und die ist nicht auch maxed? Dann haben wir Mordor-Armee. Zweimal. Also, das macht mir ja echt übertrieben, übertriebenste Angst hier. Aber wir machen erstmal, trotzdem, Isengard, wir machen mal Saruman-Armee, mal gucken, wie die aussehen, damit wir Kommando-Punkte haben. Aber wir haben jetzt auch gerade keine 50 Kommando-Punkte bekommen. Hä? Wir hatten doch letztes Mal schon, äh... Oh, wir gehen auf Balrog, Alter. Mit 20. Kann ich hier eigentlich schon hin? Nee, wahrscheinlich nicht. Oh, Schicksalsberg. Ah, das sind ja noch. Yo. Könnte ich die ja nutzen für Minas-Tierre, oder bleiben die einfach hier drin? Die bleiben wahrscheinlich hier drin, oder? Für Defense, technisch. Okay. Wollen wir da hingehen? Anfallers. Ja, komm, warum nicht? Reiner! Los! Anfallers. Anfallers. Der lange Strand. Seine Dörfer und Menschen werden von Saurons Armeen zerschmettert werden. Okay. Vernichtet alle Truppen, Gondors. Okay, ist hier ja schon unäquiptes Shit, Alter. Der Sieg ist nah. Ah, vermutlich, aber vermutlich auch nicht. Wie nach dem... Erstmal Vorposten bei uns sehr schön. Ah, komm schon welche. Niemand kann uns trotzen. Sie müssen mehr bis klein, kann das sein? Da ist ein Lager. Okay. Okay, also ich brauche eigentlich eine Rüstkammer. Ich brauche aber auch Ressourcen. Weil... Aber die sind schon zusammengefügt, das heißt... Was willst du demütigen? Okay, da ist niemand mehr. Wir haben viel zu tun. Wir haben viel zu tun. Alles klar. Wie du sagst, Chef. Er eilt euch. Ich will dahin. Was sind unsere Bono... Paul... Sechs Schlachthäuser, okay. Was sagen, da könnte ich doch irgendwas... Könnte ich safe und was bauen. Unsere Zeit ist gekommen. Na ja, klar. Ja, das ist halt krank, ne? Leute, jetzt kommt noch, da kommt ziemlich viele. Eine neue Macht erhebt sich. Na ja, komm, Sau, man hat einfach mal ein bisschen Spaß, so. Das passt schon, schon. Ja, das meine ich halt... Ist es so strong, alter? Holy shit. Die haben keine Bannerträger. Doch, ihr rastet mal wirklich, weil... Wir haben viel zu tun. Ja. Das hier macht es doch schon. Ja, wir machen einfach mal rein. Mal gucken, was passiert. Können wir schon alles machen, was wir wollen. Ja. Einfach reinrennen. Einfach rein. Geht einfach erstmal rein. Einfach mal rein. Nehmt eurem Wappen. Nehmt eurem Wappen. Das war kein Spaß. Mal. Wir greifen an. Schlagzeug ist mein Haus. Ich brauche ein sechs Stück. Genau. Unser erstes Lager. Wer hat das ganze Zeug bestellt? Halt, wachschaft! Okay. Wir werden angegriffen. Kommt zu mir, meine Diener. Ich denke, es ist jetzt zum Beispiel hierhin drin, oder? Wer hat mir Zeit gefunden? So, was wir brauchen, das. Wir brauchen, das. Der erste Punkt, das ist scary. Okay, nach rechts geht es weiter, anscheinend. Die, drei, 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 zwei, drei, 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 vier, drei, vier, drei, 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 drei jetzt erst mal eine runde weil folgt ihr euch was so weil ich so ein bisschen befürchte ich bin was zu sehen wir haben viel zu tun irgendwo eine neue er ist mit kämpfen gerade an zwei fronten kommt man immer mal alleine genau du bist schwach dann sich hier und wie erst mal das lager wieder mal dahin wird uns aufreicht immer dahin da können wir auch nichts zu machen er verlandt hier kommt man sie action da ist noch mal ein dorf das strand genau da kann man was entdecken was sagen man struggles so ein bisschen kommt zu mir meine diener unsere zeit ist gekommen marionna marionna ich rieche menschenfleisch aber wir brauchen wieder der sieg ist nah ich brauche nämlich belagerungswerke niemand kann sonst komme ich da nicht rein es ist ja eklig alter ich brauche sowieso sechs schlachthäuser ich will schauen machst du denn meine diener lasst uns belagerungsmaschinen bauen naja habe ich auch vor alter wir können nicht noch mehr soldaten führen wir greifen uns an ja sie ist ein problem alter vor allem kann ich nicht angreifen weiter marsch komm zu mir meine diener vernichtet alle die sich euch widersetzen weiter folgt mir ein typischer politischen chips so ein bisschen hinterher aufs warum man habe ich mich scheiße truppen sacrificen alter ficken haben wir noch schwache truppen meine ich irgendwelche sie greifen uns an bewegung los ja mann ich das heißt wir müssen die sacrifice so ein bisschen oder einfach mal so ein bisschen ein paar truppen verlieren wir müssen ja nicht wenn man es rekrutieren dann ist scheiße aber mir ja genau müsste ich sterben müsste ich sterben wir müssen ich sterben müsste ich sterben ich müsste ich sterben nein ist gestorben jetzt trauen nur eine ball ist der oh mein gott jawohl sie müssen nicht sterben eine neue macht erhebt sich okay gut sammeln uns wieder wir brauchen es nicht mehr wir haben genügend ballisten extrem bis actually ein bisschen nervig aber es sind noch gegner was soll das da auch wieder nichts wird uns auf noch mal sechs schlachthäuser alter die ballisten bereit zu viel oder was werke erweitert da ist die ein 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 das ist der schwede ist es nicht los sein ich habe kommt nicht so viele aus deswegen ist wir könnten dann ohne probleme das machen und neue truppen zu machen was jetzt einfach machen werden zu flippen ist nicht so weit vor bitte wie lang brauchst du den scheiß nein bitte ich höre nicht angreifen was 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 sind offensiv draus oder leute sie muss erstmal level die zurück hier ein bisschen coole machen genau die sollen auch angreifen sie sollen auch verwecken wir kommen wieder zurück ihr könnt zurückstoßen bitte greife ich noch an oh mein fucking gott der sieg ist nah oh mein fucking gott ist auch mein scheiße nicht einmal so ein scheiß gehöft kaputt alter ich kotze im strahl da sind sie sie müssen sich kampflos draufgehen soll ein ballisten ach stimmt die heilen sie jetzt wieder voll ist okay dankeschön saroman herr ist es nicht mal geschafft alter klaren meines willens kommen wir das noch der sieg ist nah ähm das gefällt mir nicht so hart naja komm auf ins tiefe rein da komm schieb 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 der fein jetzt reicht es nochmal unsere zeit ist gekommen klaren meines willens vorrücken verbatsam lauf schneller lauf schneller spannter seil schneider wir haben das verstanden spannter seil seilspannen reise niemand kann uns trotzen ach du scheiße was ist hier passiert niemand kann uns trotzen wir haben die flachen meines willens stammter seil weht uns in trömer stammter seil naja zu spät aber Menschensreich! Gerastet, der Sekt! Macht unsere Waffen bereit! Die Menschenreich! Seilschigen! Seilschigen, wir sind Römer! Seilschigen! Spann das ein! nicht auf die treppe ganz jetzt da rein okay ist mir auch nein du nicht bitte alles scheiß so kaputt jetzt soll Wir brauchen mehr Platz! Nichts wird uns aufhalten. Jawohl. Nichts wird uns aufhalten. Die Menschen nehmen eure Waffen! Wehre! Wehre! Isengard wird siegen. Aufhalten! Wehre hier weiter! And as they left! Wehre! Unsere Zeit ist gekommen. Kommt, meine Diener! Die rennt einfach rein, uhr. alles schwede ist nicht was verloren tatsächlich es war eigentlich ein dicker ball ist ich bitte der einzige job ist das scheiß tot kaputt zu machen geht da rein jetzt los sein da jetzt ich erstes so mal da nicht die 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 so ist kaputt ausschalten ich habe geschlacht geschlossener 234 nicht mehr nehmen alter schwede dicker holy shit man eine neue macht trägt sich der sieg ist nah das war eine lange geburt ich hoffe dass da keine truppen gestorben sind jetzt irgendwie so richtig gestorben sind 12 fähigkeitspunkte schon sehr gut die reiche der menschen werden verlass oder hin und herkommen spezialfähigkeiten damals 16 stück ist auch gut dieses mal wird das land saurons verführungen nicht widerstehen verführungen überfällt die einfach überfällt die einfach oder vier befallen die gerade vernichtet alle truppen meine diener ich bin mal da ja ich brauche dann das kammer grube erst mal was gibt es noch fahrgreiter nehmen wir nicht dieser grube wir haben eine neue macht erhebt sich wir können nicht noch mehr was sollen wir tun ja wir haben ist wieder der einzige jungs ist halt geil aber wenn ihr alleine zeit an zeit ist nicht mehr mit zusammen kämpfen wie schufe 4 oder rang 4 krank das ist auch stufe 3 ich habe mich hat sechs ist das ding sie werden fallen auch regaligen gar nichts wird uns aufhalten weiter das glaube ich auch man kann uns trotzen niemand widersetzt sich dem willen saroman jetzt viel ich glaube ich muss jetzt erstmal zurück unsere zeit ist gekommen du bist mal zurück und die feststellung oder ja das ist nicht geil und die zeit ist gekommen wir zusammen reingehen hier noch mal gekommen ziemlich viele freundes das gefühl eine neue macht erheben sind zurückfallen genau das greift uns echt an so haben wir auch wieder alles hier schieb ich dich hin das heißt das kann wieder abreißen genau dann machen wir hier lagerungszwecke hin bevor wir jetzt zu weit reingehen darüber einfach raus weg davon entzündet man muss sich immer neu bauen wir haben viel zu tun ja mir läuft jetzt mal darüber nämlich jetzt hier noch mal ein lager deswegen so viel wo schön noch mehr urugs kommen aus den gruben die neue balliste hier wollen wir eine balliste oh turmwachen ja 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 die wir machen nicht ganz schnell kann es sein ja ja erst mal da oben klären jetzt erstmal ich könnte sie auch ganz gut selber heilen eigentlich da ist nichts mehr los so richtig ja jungs pack alter ohne witz man eine neue macht erhebt sich meine diener schilder diese gebäude gehören dem feind bitte hallo macht es kaputt solle sägewerk ja klar ist das signal jetzt muss ich mal ein bisschen abwerfen oh klar meines willens die 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 eintritt geht da lang zwei tippen ich habe genug ressourcen ist alles gut du bist du depp alter vorrücken weiter du bist nicht gandalf alter mein fremd alter ja und das ist mir auch ein bisschen zu nah einfach solle bissl weg hier dann weiter weiter eine neue macht erhebt sich alter das ist eine meh okay komm zu mir meine diener oh dauert sich jetzt gebädelt alter soja ein achtige das sind truppen machste herr alter da kommen wir mal äh ja wir haben die urugrube verschwinden noch mehr urugs kommen aus den gruben um die tipps der nicht immer alles so viel zu tun ja wo ist unsere ballisten nummer ich hoffe zwar zu der linken fest und zwei fest wie auf einmal das habe ich noch nie gehabt glaube ich ja auch hier ist egal kommt die herde gerne darüber genau so gut weiß ich wo ich das richtig aufgegabelt haben meines willens folgt mir die mal zusammen gefördigt ist okay wo bist du was machst du bewegt dich genau okay aber ihr geht einmal jetzt sagen du geschäft dahin sagen mal rein da was da passiert und da ist noch jemand da ist wieder geöffnet mein gott ja die fäschung hier ist okay das ist zusammengebrochen noch nicht exakt zum kenne verteidigungsdienstes gebaut eine neue macht erhebt sich Minimal können wir noch ein paar Truppen produzieren hier. Was ist das? Los. Wir haben den Feind gefunden, Jungs. Das gibt's auch gern was zu machen, bald ist echt egal. Ei 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 ei. Wer seid, wer seid, wer seid, wer seid, wer seid, wer seid. Ähm. Ähm. ach so wir bilden dann läuft da mal ein truppen einfach sie müssen gar nicht mehr sterben jungs ja aber ihr dürft müsst nicht diese neuen urugs kämpfen mit armbrüsten dahin dahin und dann ist hier schnell das tt 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 oh mein gott auch weg Ich bin ein Spannender Seil, Seil spannen Spannender Seil Sie haben ihn angegriffen Sie haben ihn angegriffen Werder 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 Riecht dir was Ich bin ein Sie ist in einer Anstattung Werder Wir gehören jetzt mir Rein da Werder 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 jetzt aber schon ab ein bisschen ruf jetzt! Was passiert jetzt mit der Ina! Wannerträger, worauf brauchst du? Wannerträger! Wannerträger, komm zu mir! Wannerträger, komm her! Auf, ich greife nur Sahnenbattern! Okay. Nein, 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 nein. Okay, wir haben uns die ganze Armee verloren, tatsächlich, lol. Okay, wir müssen neu aufbauen. Holy shit! EIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEU Lauf da einfach, bitte, OK? Lauf da einfach mal ein bisschen ins Lager rein. holy shit die haben uns echt fertig gemacht im echten diese neuen hey du da mit dem bannern alter die neuen kämpfen mit armen brüsten das schlager wird angegriffen und hier noch einigen spärträger sind in den gruben entstehen als ressourcentechnisch alles gut aber bei den anderen halt auch leutiger die machen mich ich kann das also das ist der vier stufen typen kaputt gemacht menschen sorgt dafür dass die neuen urugs ihre späne kriegen ich muss die trete überlässt okay genau oh bitte mal bitte macht das was ich euch sagt wird okay also könnte ich nur mehr so dort niemals die macht ein da los als sogar echt der uns echt zurück schlagen eine neue sie ramböcke das ist sehr schön ja ich glaube jetzt haben wir es lebe die weise jetzt haben wir uns nicht rum Schöp. ich glaube es war es ja ich weiß endlich ob ich das sehen kriegt mit mordor auf minasiris zu gehen aber mal gucken